Hallo, ich bin Alex und ich bin Jonny und wir sind von AYGEN Bielefeld. Hallo, ich bin Alejandro Ruiz. Hallo, ich bin Ana Paula. Hallo, ich bin Saray Morales-Ramirez und ich bin Teil des AYGEN WAP Mexiko. Yo, ich bin Matisse. Hallo, ich bin Naomi. Hallo, ich bin Stelina. Hallo, ich bin Luissi. Namaste. Mirana Misha Kumari. Hallo, mein Name ist Barbara. Hallo, ich bin Espargi. Ich participe mit der U-Paris BNE. Ich bin in der AYGEN Nantes. Ich bin in der AYGEN Go Paris-Saclay 2021. Ich bin in der AYGEN de Sorbonne-Universität in Paris. Ich bin AYGEN 2001, Team AYGEN BELHAMPULKA HISTAMO. Danke schön. Ich bin AYGEN BELHAMPULKA. Ich bin Teil des Team AYGEN AYGEN BELHAMPULKA. Hallo, ich bin Tabea und gehöre zum AYGEN Team 2021 der Technischen Universität Kaiserslautern in Deutschland. Ich bin AYGEN BELHAMPULKA HISTAMO. Ich bin AYGEN BELHAMPULKA HISTAMO. Ich bin AYGEN BELHAMPULKA HISTAMO. Hallo, ich bin Anika und ich bin ein Teil des AYGEN Team SPOT. Hallo, ich bin Luca Gaiting und ich mache Deel-Out von AYGEN Team MSP Maastricht 2021. Ich bin ein zweiter. Hey, mein Name ist Edwin und ich bin ein Teil des AYGEN Team. Ich bin ein Teil des AYGEN Team. Ich bin ein Teil des AYGEN Team 2021. Hi, ich bin Rietze. Ich bin Christine. Und wir kommen aus AYGEM, STU, Urensö, Danmark. Ich bin Masteria Tzapavikku und ich bin Projektleiter des AYGEM-Fesalien des AYGEN-Fesalien des AYGEN-Fesalien. Hallo, ich bin Andrea und ich bin der ersten AYGEN Team in der Universität Fargoza. Hallo aus Spanien. Hallo, ich bin Karriam, der AYGEN Team in 2018. Hallo, ich bin Aude und ich bin der AYGEN Team aus AYGEM Team. Hallo, ich bin Rebecca Paget, ich bin auch ein Teil des AYGEM Team. Ich bin Jonas, ich bin Kasia und ich Jesse. Und wir sind Teil des OpenPlace, der AYGEM-Maburg. Hallo, ich bin Kamilpin und ich bin der AYGEM-Toulouse 2021-AYGEM Team. Hallo, ich bin der AYGEM Team von der TU Delft. Hey, ich bin Milou von der AYGEM Team von der TU Delft. Und ich habe hier viel zin in. Hallo, ich bin Anastasia und ich bin der AYGEM Team in Brasilien. Hoi, mein Name ist Jenny. Hallo, ich bin Andermann. Hallo, mein Name ist Sophieke. Ciao, mein Name ist Elena. Hallo, mein Name ist Sonne. Hallo, ich bin Riemer. Hoi, ich bin Sophie. Und ich bin Teil des AYGEM Team in Wageningen. Hallo, mein Name ist Natalia Fernandes. Ich bin Teil des AYGEM Team in Paris in 2021. Hallo, ich bin Marike. Und ich bin Teil des AYGEM Team in Leuven. Hallo, ich bin Natalia und ich bin Teil des AYGEM Teams der TU Delft. Hallo, mein Name ist Emily. Und ich bin Teil des AYGEM Team in Hamburg. Hallo, ich bin Quentin und ich bin Teil des AYGEM Team in Paris. Und ich bin werd rauskommen, was ich bereit assunto zu können?